Ja, hallo! Willkommen zu einem schnellen Access-Ability-Check. Mabache TV. Wir sind hier in der Leopold-Böhm-Straße im 3. Bezirk und es geht um einen Kehlsteig, der neu gemacht wurde, aber nicht abgeschlappt ist. Wie man sieht, hier ist der Kehlsteig schön abgeschlappt und man kann super toll rauf fahren, um zum Hofer zu gelangen. Wir werden jetzt den Gehlsteig weiter entlang fahren und schauen, ob man auch wieder runter kommt. So, wie man sieht, hier gibt es keine Möglichkeit, mit dem Rollstuhl runterzufahren. Also hier ist alles hoch, bis hierher. Das heißt, man ist sozusagen gestrandet hier oben und das, obwohl das ganze Projekt hier noch keine 2 Jahre alt ist, wurde hier ein kleiner Schildbürgerstreich durchgezogen. Man muss wieder nach hinten fahren, um wieder runter zu kommen von diesem Gehlsteig. Das ist es soweit für diesen Access-Ability-Check. Danke fürs Zubeisein und bis zum nächsten Mal. Noch ein dann! Tschüss! Tschüss! whisper Untertitelung des ZDF für funk, 2017